Ahoi, ihr kleinen Crack-Banausen. Tobi berückt dich. Wir spielen heute gemeinsam am Sea of the Thieves. Ein Spiel, welches davon handelt, als Freibäuter über die Meere zu ziehen. Sich zu bezr... Tobi, bitte, halt dich zurück. Mit der weißen Leute Tobi... Und Jody. Setzt die Segel im Lialandraden. Und wir fahren aufs offene Meer. Tobi, so machen Piraten nichts. Leute, in diesem Spiel geht es darum, als Pirat über das offene Meer zu segeln. Ihr seht, ich habe mich sogar hier extra als Pirat angezogen. Und wenn ihr einen weiteren Part davon sehen wollt, lasst einen Daumen nach oben da. Ich trinke meinen Schluck aus meinem Rumglas. Tobi, ich glaube, Piraten schreien nicht einfach autistisch rum. Ahoi, ihr Landratten, ihr Leichtmatrosen und Hundekinder. Leute, ich steuere ganz schön viel für mich. Okay, okay, okay. Ich komme an Deck. Ich komme an Deck. Ahoi, Soldat. Warum bist du so dick? Warum bist du eine dicke Frau? Der ist ein Fels. Wir steuern auf dem Fels. Hä, was? Wir steuern auf dem Felsen zu? Irgendwer muss das Schiff lenken. Okay, Tobi, mach du das. Tobi, Tobi, nein, 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 nein. Tobi, nein. Warte, warte. Rechts, rechts, rechts. Zieh rüber. Zieh rüber, zieh rüber. Wir schaffen das nicht. Wir schaffen das nicht. Nein. Oh mein Gott, wir haben bestimmt Lächer jetzt unten im Boot. Schnell, wir müssen gucken gehen. Jodie, komm runter. Bei uns steht Wasser im Boot. Es steht Wasser im Boot. Wir müssen... Ja, aber alle Löcher sind geflickt. Wir müssen nur das Wasser rausschöpfen. Jodie, nimm dir deinen Eimer. Auf geht's. Wo ist dein Eimer? Ich komme die Treppe nicht so runter. Auf geht's, Piraten. Ich habe dein Eimer. Schöp das Wasser hinaus. Tobi, du sollst das Boot fahren. Ach so. Komm, wir runter. Guck mal. Guck mal. Matrose. Andeck. Steuermann Tobias zurück. Ich bin nicht hier oben. Steuermann Tobias. Warte, hier ist eine Glocke. Steuermann ist Cation. Setzen Sie Kord gehen Süden. Was ist jetzt Süden? Wir fliegen gerade nach Osten. Wir fahren nach Osten. Setzen Sie Kord. Genau. Da müssen wir hin. Hä, gibt es da einen Anker? Natürlich. Yes. Auf uns schießen, Leute. Ah. Ich habe gesehen, unser ganzes Lager ist leer. Was ist? Unser Lager ist leer. Wir sind beim Wanderers Refuge. Hä, wir werden beschossen? Ah, wir werden beschossen. An die Gewehre, Männer. Es wird geschossen. Es hat Krieg. Captain, Captain. Wir haben keine Munition. Ah. Wir müssen da hoch. Wir müssen da hoch. Anker setzen. Anker setzen. Anker setzen. Oh nein. Ah. Ah. Ich bin runter. Nein. Wir sind auf dem Land gelandet. Nein. Ja, das ist super. Unser Schiff sieht komplett verkrackt aus. Oh, ist alles kaputt. Männer. Auf geht's. Wir finden den Schatz. Na oben. Ah. Der war Tier. Hilf mir. Oh, das ist ein Skelett. Irgendwer. Ah. Es hat eine Knarre. Vorsichtig, Jody. Leute, es scheint irgendein Tier. Ich hau's kaputt. Geht ihr unser Schiff gerade unter? Oh nein. 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 Fuck. Egal, es kann nicht tiefer sinken, weil da ist schon der Boden. Ah. 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 Ich habe einen Minutzer sind wir mit dem Schiff gefahren. Ich habe Cannonballs. Ich habe auch und Planks. Und Bananen. Leute, wollt ihr Bananen? Ich gebe euch ein paar... Ah. 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 Hast du auf mich geschossen? Oh, Captain Inside befindet sich auf dem Geist der Schiff. Wie weit? Ruhe, ich muss von der Fähre der Verdammten entfliehen. Wo bist du? Oh, ich bin gestorben. Was? Ich kehre gleich zurück von der Fähre der Verdammten. Ist nicht dein Erster, du bist schon gestorben. Nein, ich bin gestorben. Hol mich zurück, verdammt nochmal. Oh, ich kehre zurück in die Welt der Lebenden. Nein. Ich weiß es nicht, weil dieser Captain Dude, der redet halt so krank aus. Guck mal, im Meer ist was Blaues, so ein Leuchtfeuer oder so. So ein Geist ist hier. Das ist er wahrscheinlich, ne? Jungs, alles ist weiß bei mir. Hä? Ja, schön. Das ist der Himmel. Hallo? Oh mein Gott. Hinter mir ist ein Hai. Schieß auf ihn mit einer Sniper. Ich will ihn töten, ich will ihn töten. Stirb Hai. So was sagt man nicht. Ich habe ihn umgebracht. So was sagt man nicht. Wie kann ich meine Banane machen? Tobi, der Captain braucht Hilfe. Der Captain braucht Hilfe. Rewi, guck, ich helfe dir. Ist das dein Ernst? Leute, das ist eine Meerjungfrau, die macht das Leuchtfeuer. Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Jungs, wo ist unser Schiff? Das Schiff ist untergegangen. Ja, was machen wir jetzt? Ich habe wooden Playings. Vielleicht können wir wieder ein neues Schiff bauen. Ich habe auch ein paar. Komm, wir säubern erstmal die Insel. Männer, tönt ihr die Skelette auf. Ei. Warte, ich muss kurz Bananen essen, ja? Kein Problem. Alles gut. Das war früher bei den Piraten auch so. Männer zum Angriff. Ich muss kurz Bananen essen. Moin. Feindlicher Segler auf 12 Uhr. Feindlicher Segler auf 12 Uhr an unserer Insel. Durch den Tunnel. Komm her. Ja, 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 ja. Können wir klauen das Schiff? Können wir klauen das Schiff? Wir klauen das Schiff? Männer, bereit machen Sie zum Ankern? Leute, seht ihr dieses geisteskranke Unwetter? Ich sehe einen. Gegner ist ein Spieler. Tötet die. Müsst ihr nicht töten? Doch, wir töten die. Kapp bei dir Schiff. Kapp bei dir Schiff. Wo bist du? Ich bin bei dem Schiff. Ich bin auch bei dem Schiff. Hä? Jungs? Ich bin über dir. Oh, ich hätte Schatz drüber gefunden. Tobi, komm, wir greifen. Wir machen... Ah! Der schießt auf mich. Tobi, zugriff. Tauch, tauch, tauch. Ah! Da sind Leitern. Links und rechts. Okay. Tobi, zugriff. Was? Ich kann doch nicht hochgehen mit... Zugriff, 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 zugriff. Angriff! Ich schlag ihn. Wo ist der Typ? Au, er hat mich erschossen. Oh, lol. Ich bin auch erschossen. Nein! Hä? Ah! Bibi, hörst du mich? Ich sterbe! Nicht! Du stirbst! Ich habe ihn getötet! Ich habe das Schiff geklaut! Bibi, wir sind tot! Ich hau mit dem Schiff ab! Ich hau mit dem Schiff ab! Oh, Jordi, du musst uns nicht verteilen. Oh, oh, oh! Anderer Spieler! Nein! Er hat das Schiff zurückgeklaut! Ihr verdammten Idioten! Warum seid ihr gestorben? Warte mal. Hier ist unser Schiff! Ich komme! Oh, lol. Das ist so riesig! Wow! Siehst du das? Ja! Ja! Männer, ich sehe das Licht. Ich bin zurückgekehrt auf der Insel der verdammten Eid. Seid ihr das da vorne? Jo, Moistee! Was habt ihr dort? Was nehmt ihr für Schätze mit Eid? Kalussi! Stunpowder! Steuerfrau Kalussi, sehr gut, sehr gut. Was haben wir hier? Aha! Bananen, lecker! Wir umrunden die Insel und schlagen bei dem anderen Schiff zu. Wir wagen uns ins Kanonengefecht, Eid. Eid! Steuermann, Eskation! Moistee! Willkommen! Na auf unsere Ski! Komm jetzt, steige sie ein! Steige sie ein! Okay, ich bin aber der Käpt'n. Die steigen jetzt ein. Okay. Käpt'n, was sollen wir machen? Eid, wir sollten den Outpost aufsuchen und uns dann auf Schatzjagd machen. Eid, Piraten! Was ist das denn? Nicht, nein! Du verdammter Vollidiot! Eid, spielt erstmal Musik und sauft rum! Sauf, Piraten! Saufft! In den Kopf hinein! Saube, sauber, sauber, sauber! Ha, auf, sauber! Ich bin bereit zum Fahren. Moment, stop! Fahrt nicht ohne mich! Ich bin tot! Die ist nicht tot, verhand willkommen! Das Schiff wackelt... was? Nein, Tobi, dreh dich um. Unser Schiff läuft wieder voll Wasser. Hier, schnell, wir müssen Wasser abschöpfen. Wir müssen Wasser abschöpfen. Schnell. Oh Gott, ich bin besoffen. Jody, du hast unser Schiff mal wieder zerstört mit deiner Sprengung. Jody, unser Schiff geht unter. Nein, schöpft das Wasser ab. Schöpft das Wasser ab. Es wird zu spät. Nein. Ach, scheiß doch drauf. Komm, wir fahren einfach. Tobi, fahr. Jody, verdammtes. So, Jody. Jody. Molzerei. Jody. Aha. Reki geht mal in der Mäuterei, Smoothie, Kalussi. Ei, Captain. Ich bin ein. Eskation? Ja. Wir wissen ganz genau, was das bedeutet. Sie muss in die Baracke gesperrt werden. Wow, hier ist wohl die geile City. Jawohl, was geht noch bestes? Alter, geil. Alter, ich habe mir etwas gekauft. Ich habe eine Schatzkarte geholt. Hände hoch. Du dicke Kuh. Boah, die hält aber ganz schön was aus, du. Oh, die hat Hammer. Tobi, hör auf. Smoothie, Kalussi, wo seid ihr? Ei, in einer Bar. Verlass diese Bar, los. Aufs Schiff mit euch. Sie hat gemeutert. Hey, leg die Waffe nieder. Ah, ha, ha, ha. Ich bin schon krass, glaube ich. Nein, nein, wir haben nicht eingefangen. So. So. Ah, ha, 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 ha. So. Zieh dir deine Waffe weg. Zieh deine Hose aus, mate. Wir führen unser altes Bestrafungsritual durch. Sauf, Piraten. Sauf hin, Sauf hin. Ah, ha, 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 ha. Na, Schätzchen. Moist du. Moist du, will ich mehr saufen? Verlangt noch mehr Alkohol. Oh, 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 ich kotze. Los, kotze sie an. Bestrafungsritual. Ihr trefft mich ja doch nicht. Kotze sie an. Oh, ich habe mich selber angekotzt. Wieder ein Schfall. Schießt mich besoffen in der Kanone raus. Okay, dann gehen sie in die. Guck mal, die ist ja. Auf geht's. Richte mich nach oben. Besoffen Kanonen schießen. Eins, zwei. Oh. Wenn der Käpt'n zurückkommt und wieder nüchtern ist, wird gemeinsam in See gestochen. Eid. Käpt'n, komm zurück. Ich habe ein Angebot. Okay. Was für ein Angebot, mate? Mate. Kommt her, ich zeig's euch. Was ist euer Angebot? Mate, Kalussi. Seht ihr, was ich in der Hand trage? Ein Eisenball. Ja, das sind Kanonenkugeln. Zehn Stück und es sind die prächtigsten Kanonenkugeln, die wir je gemacht haben. Tobi, halt's Maul. Ich mach nur so, ich mach das dramatisch. Bitte, lass mich aber nicht. Anderes Lied. Nein. 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 Ja. Hi, erzählt mir eure Geschichte. Guckt euch diese Kanonenkugel an. Hi. Ist sie nicht wundervoll? Guckt, wie rund sie ist. Fast keine Kugel-Ecken. Was? Ja, genau. Ich glaub, ihr habt eine Behinderung. Lasst sie aus der Brick frei. Auf geht's, Männer. Und in der nächsten Episode stechen wir gemeinsam in... Halt's Maul! Mach es nicht. 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 Meustee. Ich pock die Leute jetzt nicht mehr. Hier, Miet. Ich spiel unter Wasser weiter. Alt-Männer. Jody wurde von der Brick released. Fubi. Ja. Wenn du mir jetzt noch einmal ins Wort fällst, sperre ich dich ein. Okay. Alt-Männer. Okay. Warte, na. Gib mir das alles. Au. Ich spiel da auf. Ich spiel da auf Musik. Okay. Leute, das war's von diesem Parts. See of the Seeds. In der nächsten Folge geht es für uns auf die weiten Weltmeere. Mit Smoothie Kalussi und Steuermann Tobias. Lass den Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Schaut bei Jody und Tobi vorbei. Das war's. Oh, der Rennen. Ciao, ciao. Jody. Ciao. 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 Ciao.